Hallo ihr lieben Strandurlauber! Ich bin die Barbara vom Beachinspector und ich bin heute für euch an der Cala Portichol in der Nähe von Palma de Mallorca. Und zwar ist das ein Strand, wie ihr sehen könnt, der halb aus Sand und halb aus Kieselsteinen besteht. Der zieht jung und alt an. Wir sehen im Hintergrund sowohl Familien mit ihren Kindern, die im Wasser spielen, als auch ältere Leute, die einfach die Sonne genießen. Portichol heißt auf katalanisch kleiner Hafen, also ist es nicht verwunderlich, dass direkt um die Ecke ein kleiner Hafen zu finden ist. Hier ist eine Promenade direkt um diese Bucht herum und auf der anderen Seite finden wir mehrere Gastronomiebetriebe. Und wo wir schon bei der Promenade sind, die ist super beliebt bei Fahrradfahrern, Rollerbladern und Joggern.